Busfahrer, Programmierer, Ghost Rider, Übersetzer, Transkriptor, Doktor und noch viele mehr. Künstliche Intelligenz wird alle Jobs ersetzen. Du glaubst mir nicht? Dann frag doch mal die ehemaligen Mitarbeiter von Gizmodo, die vor einer Woche durch Künstliche Intelligenz ersetzt wurden. Die haben ganz einfach die Artikel in Spanisch übersetzt, das ist hier ganz einfach sowas wie eine Journalistenfirma, und mittlerweile macht Künstliche Intelligenz deren Arbeit. Schneller, günstiger, besser und sicherer. Sobald diese vier Kriterien erfüllt werden, wird jeder Job von Künstlicher Intelligenz ersetzt, der eben zu ersetzen geht. Vielleicht nicht komplett jeder auf dieser Welt, aber es werden relativ viele werden. Und du fragst dich, ob das vielleicht ethisch nicht korrekt ist? Stellen wir uns mal eine andere Frage. Ich würde sogar sagen, dass es unethisch wäre, diese Jobs nicht künstlichen Intelligenzen zu geben. Stell dir vor, Künstliche Intelligenzen, autonomes Fahren, wird besser als Menschen. Und laut diesem Artikel sind wir auch nicht mehr weit davon weg, beziehungsweise hat Weimo jetzt schon Statistiken, die beweisen, dass sie bis zu dreimal sicherer fahren können als Menschen. Ich würde sogar argumentieren, es wäre dann ethisch nicht mehr korrekt, selbst zu fahren, einen Menschenbus fahren zu lassen, wenn es Maschinen gibt, die statistisch bewiesen zehnmal weniger Unfälle bauen. Warum soll man dann das Risiko Mensch überhaupt noch mit einbinden? Dazu kommt noch, dass eine Software günstiger ist als Menschen. Stell dir vor, du hast ein Unternehmen. Du musst die Mitarbeiter bezahlen. AI ist günstiger. Wenn du Künstliche Intelligenz nicht verwendest, aber dein Konkurrent schon, kann er den Dienst günstiger anbieten und er macht das Ganze sogar noch sicherer. Rate mal, welchem Business besser läuft. Dein Business wird schliessen müssen. Und du denkst, Künstliche Intelligenzen werden niemals zehnmal besser sein, egal bei welchem Task als Menschen? Introducing Whisper. Das ist ein cooles Transkript-Tool von OpenAI und du kannst dir gerne mal dieses Whisper-Exempel anhören und danach das Transkript ansehen. OpenAI's Whisper ist bei zehn von zehn Versuchen besser als jeder einzelne Mensch. Der Beruf vom Transkriptor ist tot. Zumindest meiner Meinung nach. Dieses Tool ist viel, viel besser als Menschen. Dieses Tool ist viel, viel schneller als Menschen. Dieses Tool ist viel, viel günstiger als Menschen. Warum sollten Menschen diese Aufgabe noch erledigen? Ich kenne sogar jemanden mit einem Ghost-Riding-Business. Er sagte mir, er hat früher 20.000 im Monat gemacht. Mittlerweile sind es noch 6.000, weil Künstliche Intelligenz ihm die Arbeit wegnimmt. Künstliche Intelligenz wird Arbeiten wegnehmen und das ist ganz einfach so. Sobald Maschinen schneller, besser, sicherer und günstiger sind, gibt es keinen Weg daran mehr vorbei. Und das alles ist auch nichts Neues. Denke einfach mal ein paar Jahre zurück. Früher wurde wahrscheinlich in jedem Hotel, in jedem großen Restaurant alles mit Hand gespült. Man hatte ganz einfach einen Jungen, der alles abgespült hat. Dieser Junge hat seinen Job verloren und wurde von einer Spülmaschine ersetzt. Solche Sachen werden ganz einfach vergessen. Solche Sachen sind immer wieder und wieder geschehen. Solche Sachen werden jetzt in Zukunft noch schneller passieren. Generative AI ist mächtig. Generative AI wird viele Dinge ablösen. Auch der Voice-Over-Künstler ist etwas, das meiner Meinung nach wohl keinen wirklichen Bestand mehr hat. Dinge wie Eleven Labs sind mittlerweile auf einem Level, das schon sehr, sehr gut ist. Kombiniert man das noch mit Adobe und verbessert den Output ein klein wenig, kommt man schon nahe an Menschenqualität dran. Sobald diese Qualität besser wird als Menschen, ist auch dieser Beruf meiner Meinung nach aussichtslos. Diese Tools sind aktuell schon schneller, sind aktuell schon günstiger, sind auf alle Fälle sicher und sobald die Qualität auch noch besser ist, dann ist dieser Beruf tot. Irgendwann werden wir wahrscheinlich auch an einen Punkt kommen, wo Maschinen besser operieren können als Menschen. Stell dir vor, du musst eine lebensbedrohliche Operation an dir machen lassen und du weisst ganz genau, dass Maschinen zehnmal so gut operieren können als Menschen. Würdest du dich lieber von einer Maschine operieren lassen und dein Risiko um das Zehnfache minimieren oder würdest du dich lieber von einem Menschen operieren lassen? Ich habe neulich mit einem Programmierer gesprochen. Der meinte zu mir, indem er den Copilot verwendet, kann er wirklich sehr, sehr viel Zeit sparen. Auch hier wieder, ein riesiges Unternehmen, haufenweise Programmierer. Wenn alle Programmierer Generative AI verwenden, dann braucht man einige Programmierer nicht mehr. Rate mal, wer den Job behält. Diejenigen, die wissen, wie man mit solchen künstlichen Intelligenzen umgeht. It's not a AI that is going to take your job, but someone who knows how to use AI might. Glaub also nicht mir, glaub Richard Baldwin. Irgendein schlauer Typ. Und natürlich ist all das auch nicht automatisch nur schlecht. Wie gesagt, es wurden schon immer Jobs durch künstliche Intelligenzen oder durch Maschinen ersetzt. Mittlerweile pflügt man sein Feld auch nicht mehr mit dem Ochsen. Künstliche Intelligenzen werden natürlich auch neue Jobs schaffen. Höchstwahrscheinlich werden es aber weniger Jobs werden, als künstliche Intelligenz wegnimmt, weil diese künstliche Intelligenzen eben den Output steigern. Nichtsdestotrotz muss das nicht unbedingt eine schlechte Entwicklung sein. Unternehmen finden doch sowieso keine Mitarbeiter. Überall fehlen Mitarbeiter. Falls künstliche Intelligenzen das ein oder andere ablösen können, muss das doch nicht mal unbedingt schlecht sein. Selten hat man beim Spülmaschinen-Ausräumen in einem Restaurant den Typen sagen gehört, ach wie schade, dass ich nicht mehr selbst spülen darf. Wie sich all das genau entwickelt, weiss ich nicht. Vielleicht weisst du es. Lass es mich wissen. Die Zukunft bleibt auf alle Fälle spannend. Und wenn du für dich wissen willst, wie man solche coole Videos macht, dann seh dir auf alle Fälle das Video hier an.